Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Gott zum Große Willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Konklave, der am 21. November 2024 in den deutschen Kinos startet. Ein Film, der bereits jetzt als einer der Top-Contender für die Oscars 2025 gilt. Berechtigt oder nicht, das werden wir jetzt herausfinden. Ich bin nicht alleine, mit mir dabei ist der Kenny. Hallo Kenny! Einen wunderschönen guten Tag, Brudus. Du möge der Tele-Stammtisch und Andi mit dir sein. Dankeschön. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel erahnen können. Konklave dreht sich um Überraschung. Die Konklave, das ist die, grob gesagt, Papstwahl, würde ich sagen. Ja, korrekt. Also, das kann man ja grob beschreiben. Also, mal angenommen, unser Chef Andi vom Tele-Stammtisch würde jetzt bald draufgehen. Ja, was wir natürlich nicht wollen. Dann würden sich alle großen Tele-Stammtisch-Mitglieder treffen und dann einen neuen Chef wählen. Und so ist es eben auch bei der Papstwahl. Wir haben das, glaube ich, alle mehrfach mitbekommen. Ich möchte an die Schlagzeit erinnern, wir sind Papst, als hier, wie hieß er, Benedikt oder Benedetto der Papst wurde. Kenny, was verbindest du mit Konklave? Ich, mit Machertratze. Damals, als der Herr Ratzinger Papst geworden ist, wunderbar. Wobei, ich erinnere mich ganz zurück, als der alte Papst damals gestorben ist. Also, davor, vor Papst. Lief gerade... Kenny, so fängt man gleich ein Beat mit Katholiken an, wenn man den Satz anfängt. Woran ich mich ja gerne erinnere, ist, als der erste eine Papst gestorben ist. Das war damals, damals lief Schreck im Fernsehen. Das erste Mal. Und ich habe Schreck geguckt. Und dann wurde der Film unterbrochen, weil berichtet wurde, dass der Papst gestorben ist. Da war ich sehr traurig. Weil der Papst gestorben ist, natürlich. Achso, ja, klar. Weil als Kind möchte man natürlich alles wissen über den neuen Papst. Und ich habe Schreck geguckt. Das kann ich nachvollziehen. Wir müssen hier noch, glaube ich, zwei Sachen klären. Die eine Sache kann ich ganz kurz abhandeln. Das ist eine Romanverfilmung. Der gleichnamige Roman wurde geschrieben von Robert Harris. Gilt als Bestseller. Und weder Kenny noch ich, das haben wir im Vorgespräch herausgefunden, haben das gelesen. Deswegen, wenn ihr euch jetzt interessiert, wie sehr sich der Film an das Buch hält, das können wir nicht sagen. Die zweite Sache, die vielleicht ein bisschen interessanter ist, weil es hier ja auch um das Thema Kirche geht, ist, wie stehen wir beide jetzt zur Kirche? Und zwar nur wir beide. Das ist jetzt nicht die Meinung des Tele-Stammtisch. Das ist jetzt nur die Meinung vom Werten Kenny und von mir. Und Kenny, deine Meinung zur Kirche in... Ach komm, du hast hier so viel Zeit, wie du willst. Ich bin aus dem gottlosen Osten. Ich bin Atheist. Ich bin ohne Religion aufgewachsen. Von daher bin ich da sehr distanziert zu dem Thema. Von daher, wenn hier ein bisschen zu schwarzer Humor vielleicht in die Ecke kommt, dann tut es mir jetzt schon leid. Es ist einfach schlechter Umgang. Ich habe ein bisschen ostdeutsches Blut auch in mir, dank meiner Mutter. Und ich bin tatsächlich auch nicht getauft. Und ich würde sagen, ich bin agnostisch, glaube ich eher. Also natürlich macht es irgendwie die Sache einfacher, wenn man so diesen Glauben hat, dass da irgendwas Höheres ist. Aber ich muss ehrlich sagen, die katholische Kirche, aber auch die evangelische Kirche oder allgemein Kirchen im Allgemeinen, haben in den letzten Jahren auch viel dafür getan, dass ich eher kein so großer Fan von ihnen bin. Natürlich ist nicht alles schlecht, aber ich würde mich eher als Kirchen kritisch ansehen. Würde ich mal sagen, da haben ja die zwei idealen Gesprächspartner diesen Weg hier zum Konklave-Podcast gefunden. Amen, Bruder. Finde ich gut. Amen. Amen, Bruder. Gut, damit können wir jetzt starten und euch verraten, wie wir Konklave fanden. Bevor wir das aber machen können, erklärt euch der Kenny eben kurz, worum es in Konklave geht. Der Papst ist tot und die Kardinale, die Kardinäle der Welt reisen nach Rom und dort im Vatikan zum Konklave zusammenzukommen. Denn ein neues Oberhaupt der katholischen Kirche muss neu gewählt werden. Kardinal Lawrence, gespielt von Ralph Fiennes, hat alle Hände voll damit zu tun, das Prozedere zu leiten. Denn es geht hier nicht nur um einen seit Jahrhunderten geltenden Ablauf, sondern auch um knallharte Politik. Intrigen und Verschwörungen verwandeln die Wahl des neuen Papstes zu einer Zitterpartie, die die Grundfeste der Kirche erschüttern könnte. Und ich soll noch irgendwas mit Koks und Nutten reinschreiben, aber das kommt von Stu, also in diesem Sinne. Ja, das kriegen wir noch irgendwie unter, gar keine Panik, das wird schon noch. Vielen Dank bis hierhin. Ja, ich hatte mir was ganz anderes unter Konklave vorgestellt, also unter dem Film. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste wirklich wenig, ich hatte einen Trailer gesehen, ich wusste, es geht um die Papstwade. Ich wusste, dass der Film so ein bisschen als auch Thriller verkauft wird. Und meine erste Assoziation war, ach, vielleicht wird das so ein bisschen was wie hier Dan Brown Verfilmung, hier Sacrileg und Illuminati. Wenn ihr also in dem Glauben seid, dass Konklave euch diese Art von Thriller bietet, würde ich sagen, dann werdet ihr eher enttäuscht werden, oder Kenny? Ja, tatsächlich. Ich würde es eher bezeichnen wie ein sachtes House of Cards im Vatikan. Das ist wirklich ein guter Vergleich, also stimmt, also House of Cards passt wirklich gut. Was man aber da, glaube ich, auch noch sagen muss, ja, ich würde auf jeden Fall dem Film zugestehen, dass er was von einem Thriller hat. Aber es geht hier nicht so sehr um Mord, es geht hier mehr so um das Taktieren. Also Ralph Fiennes als Kardinal Lawrence, der diese Konklave halt auch leitet, der versucht halt immer so ein bisschen rauszufinden, was wollte der Papst, der gestorben ist, weil irgendwas ist kurz vor seinem Tod noch passiert. Da forscht er nach. Gleichsam versucht er halt eben auch dieses Konklave irgendwie abzuwickeln. Und auch wenn es jetzt hier nicht um Mord und Totschlag geht, hatte der Film für mich zumindest immer so das Gefühl einer gewissen Dringlichkeit. Wie ging es dir da, Kenny? Tatsächlich, ich finde, die Kategorie Thriller trifft es hier wirklich sehr gut, denn da ist er wirklich sehr spannend gemacht. Er ist natürlich sehr konversationslastig. Es passiert nicht viel, jetzt nochmal actionmäßig oder sonst irgendwas, wie du schon gesagt hast, es geht nicht um Mord und Totschlag. Aber er ist trotzdem voll mit Spannung und immer wenn man denkt, okay, jetzt könnte es vielleicht langweilig werden, passieren dann doch Sachen und irgendwelche Plot-Twists, die dem eine neue Spannung geben, einen neuen Handlungsweg tatsächlich. Dass das so gut funktioniert, liegt auch natürlich in den Darstellungen. Wir haben schon genannt, Ralph Fiennes spielt die Hauptrolle. Wir haben dann noch Stanley Tucci, wir haben John Livko und wir haben Isabella Rossellini. Und die machen alle wirklich einen richtig guten Job. Aber, und ich glaube, da bist du, glaube ich, auch meiner Meinung, das ist ganz klar ein Ralph Fiennes-Film. Ralph Fiennes dominiert diesen Film. Ralph Fiennes ist in fast jeder einzelnen Szene vorhanden. Und Ralph Fiennes empfiehlt sich hier mal wieder für einen Oscar, würde ich sagen. Ja, also, aber ich glaube, er wird sich dafür nur, also er wird eine Nominierung vielleicht dafür kriegen, aber ich glaube, keinen Oscar. Tatsächlich, es fühlt sich nicht an wie ein Oscar-Film irgendwie. Es ist ein wirklich guter Film, er ist auch gut gemacht. Aber es fühlt sich nicht an wie AAA-High-Class-Oscar-Material. Oder wie geht's dir? Findest du es, dass es so gut ist? Also, ich habe ja mitbekommen, dass er nach der Premiere schon so eine Art Oscar-Bass hat. Und das ist jetzt einfach auch die Saison, wo es jetzt anfängt, dass die, in Anführungszeichen, Oscar-Filme so aus dem Boden sprießen. Und in drei Monaten ist es ein anderer Film und dann, ich weiß gar nicht, welche Oscars vergeben werden. Ich glaube, im März werden sie vergeben. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber doch, Konklave, ich würde jetzt nicht sagen, dass der auf jeden Fall einen Oscar verdient hätte, aber ich finde schon, dass der in die Kategorie Oscar-Film passt. Der ist hochwertig produziert. Der nimmt seine Geschichte wirklich ernst. Der hat so eine gewisse Art von Würde auch in seiner Inszenierung. Das ist auch ein Film, der, ich würde mal sagen, auch eine gewisse Reife vom Publikum verlangt. Deswegen sind wir jetzt die idealen Leute, die uns jetzt besprechen können. Weil er tatsächlich dir nicht alles erklärt. Es gibt viele Sachen, die musst du selbst begreifen können. Es gibt wirklich zum Beispiel die Situation, wenn in einem Dialog zum Beispiel ein Wort ein bisschen mehr herausgestellt wird, dass du dann selbst darauf kommen musst, was das bedeuten soll. Solche Kleinigkeiten. Das ist jetzt kein Film, für den du studieren musst. Das nicht. Aber es ist jetzt kein Film, der, also wenn du den zu Hause auf dem Second Screen guckst, wirst du wahrscheinlich nichts begreifen. Absolut. Das ist ein Film, auf den musst du dich voll einlassen. Also es ist kein Film, den man eben nebenbei irgendwie guckt, während man irgendwie Lego baut oder was im Haushalt macht. Dieser Film verdient es, sich voll auf ihn, ganz auf ihn zu konzentrieren. Deswegen auch definitiv eine Kinoempfehlung. Inszeniert wurde der Film von Edward Berger, der mit Netflix auch einen Oscar-Erfolg schon hatte, nämlich mit Im Westen Nichts Neues. Im Westen Nichts Neues hat er ja auch so ein bisschen so die, ja die Form von Macht behandelt. Auch da ging es letztlich um alte Männer, die quasi Politik machen, halt im Krieg und jetzt hier halt eben in der Religion. Ich war aber dann schon ein bisschen überrascht, weil im Westen Nichts Neues ist ja ein Film, der hat ja wirklich Dampf im Kessel. Der hat ja wirklich Energie. Und ich möchte nicht sagen, dass Konklave keine Energie hat, aber man merkt hier schon, dass Berger sich wirklich auch dem Setting anpasst. Das heißt, der Film ist sehr gediegen. Es gibt keine besonders großen Schnittgewitter. Die Kamera bleibt auch mal für ein paar Minuten auf einer Stelle stehen. Die Musik wird mal sehr, sie wird dezidiert eingesetzt, dass sie mir manchmal wirklich aufgefallen ist. Ich bin eigentlich keiner, der sich so großartig für Filmmusik interessiert. Aber der ist schon wirklich gut inszeniert. Aber, ich wiederhole mich, im Gegensatz zum Westen Nichts Neues, wirkt Konklave wirklich sehr zurückgenommen. Ich würde sogar soweit gehen und sagen, der ist fast schon ein bisschen entspannt inszeniert. Absolut, der ist ruhig. Aber das fand ich auch sehr angenehm. Ich finde das mal schön, wenn nicht ständig cut, 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 immer mal zu dem Gesicht, zu dem Gesicht, zu dem Gesicht, sondern hier ein bisschen Ruhe drin ist. Dann hast du wirklich, da kannst du dich wirklich entspannt auf diese Konversation einlassen und das wirklich komplett aufsaugen, was da passiert und geredet wird. Und das ist super gemacht. Und da brauche ich auch nicht diese Spannungskrasse, was beim Westen Nichts Neues war. Aber, ich meine, das ergibt sich ja auch aus dem Kontext. Ich meine, das eine ist ein Kriegsfilm, das andere, da geht es um eine Wahl, um eine politische Wahl in der Kirche. Und das trifft es halt da ganz gut. Wenn du da eine Schnittart hättest, wie jetzt in einem Kriegsfilm, würde das vollkommen fair am Platz sein. Von daher ist es wirklich gut getroffen. Ich finde es ganz interessant, weil es ja in Konklave diesen Moment gibt, in der Stanley Tucci zu Ralph Fiennes sagt, das ist hier ein Krieg. Und dann dachte ich so, okay, dann hat vielleicht Edward Berger insgeheim hier seinen zweiten Kriegsfilm abgeliefert. Wobei ich jetzt bei im Westen nichts Neues sagen würde, es war ein Antikriegsfilm. Die Frage ist jetzt, Konklave, ist er ein Antikriegsfilm, will ich sagen, ist er ein Film gegen die Kirche? Und da würde ich sagen, nee, er behandelt das Thema Kirche schon eher diplomatisch. Er zeigt schon auf, dass da einiges schief läuft. Und er zeigt auch ganz klar, dass relativ viele von den Kardinälen auch durchaus von Macht korrumpiert sind. Letztlich also nur Menschen sind. Aber für den Eingeschmack muss ich ehrlich sagen, mir hätte es gefallen, wenn er da noch ein bisschen mehr Biss gehabt hätte. Wie siehst du das? Tatsächlich, ich empfinde ihn für jemanden, der Kirchen kritisch ist, als eine Bestätigung. Und ich glaube, jemand, der jetzt sehr konservativ ist, religiös, der hat hier so ein bisschen einen Schlag ins Gesicht, finde ich. Also da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Also wir wollen hier natürlich nicht spoilern, aber es gibt ja schon einen großen Punch am Ende. Das glaube ich auch, dass das vielleicht einige Leute auf dem falschen Fuß erwischt. Aber ich für meinen Teil finde schon, dass er sehr diplomatisch ist. Also er geht wirklich nicht so ins Eingemachte. Da gibt es halt gerade, wenn es so Themen gibt, die halt immer wieder mit der Kirche in Verbindung gebracht werden, diese Rückständigkeit, ihre Aufarbeitung von alten Verbrechen, ich sage hier nur Kindesmissbrauch, das wird hier alles nur gestreift. Ich möchte das dem Film auch gar nicht vorwerfen, er hat einen anderen Fokus. Wie gesagt, nun aus einem persönlichen Antrieb hätte es mir, glaube ich, hätte es mir besser gefallen, wenn er halt ein bisschen mehr negativ auf die Kirche blickt. Und er thematisiert aber durchaus halt eben, dass die Kirche eben nicht nur aus einem Mann besteht, auch wenn es natürlich der Papst jetzt natürlich ein Thema ist, sondern dass diese Kardinäle eine Vielzahl von Ansichten vertreten. Und das finde ich, macht er dann doch ganz gut, aber ich bleibe dabei, für mich, ich bin nicht böse, dass er das macht, aber für mich ist der Film sehr diplomatisch, was das Thema Kirche angeht. Diplomatisch trifft es ja ganz gut, darum geht es ja auch in der Politik, ne, Diplomatie, du hast einfach einen gewissen Teil der Menschen, die haben diese Ansicht, du hast einen gewissen Teil, die haben diese Ansicht und dann hast du Leute, die quasi für diese, sagen wir mal, Gedankengruppen diese Vertretungen machen. Und dann entscheidet halt natürlich eine demokratische Wahl, welche davon die Mehrheit hat und welche davon am gewichtigsten ist. Und wie du sagst, wir haben das Thema, wir haben das Thema Missbrauch, wir haben das Thema Homosexualität, wir haben das Thema Rassismus, Sexismus und verschiedene Kardinäle aus verschiedenen Ländern haben verschiedene, sagen wir mal, stereotype Ansichten, egal ob jetzt konservativ oder liberal und die werden halt von diesen Personen vertreten. Von daher ist es alles immer so ein bisschen subtil. Das heißt, wenn du denkst jetzt, okay, diese, diese bösen Kindesmissbrauchsleute, das vertritt jetzt, sag ich jetzt mal, der oder die, die bösen, ähm, Homo-Hasser, Homophoben, das vertritt jetzt zum Beispiel der. Und so wird es halt verpackt. Und dadurch wird es halt nicht so konkret angesprochen, nicht jetzt in your face, sondern es ist halt subtil in diesen Gesprächen verpackt. Damit ist es halt nicht so in your face. Damit ist es aber gut gemacht und ich finde, das trifft sie ganz gut, weil sonst wäre es, wäre es zu offensive, also zu, ne, wie du schon gesagt hast, zu in your face. Ja, also es ist halt, es ist nicht Dogma. Das muss man ganz klar sagen. Das, 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 das sollte klar sein. Es gibt eine Sache, die fand ich schade an dem Film. Und zwar, es ist, es geht ja wirklich auch um die Isolation, dass diese Kardinäle halt wirklich da in Rom sitzen und halt eben da quasi nicht rauskommen. Ähm, aber außerhalb, äh, dieses Gebäudes, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, es passieren einige Sachen. Und die sind durchaus spannend und ich finde es vor allem deswegen spannend, weil wir ja die ganze Zeit mit diesen Kardinälen halt in dieser Isolation sind und auch nur das mitbekommen, was sie mitbekommen. Ähm, und ich hätte mir, glaube ich, ganz gerne gewünscht, dass die Spannung, die daraus entsteht, ein bisschen mehr gewesen ist. Denn es gibt ja Situationen, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aus Spoilergründen, aber es gibt ja durchaus, ähm, die ein oder andere Überraschung. Ähm, aber irgendwie, finde ich, hätte man daraus ein bisschen mehr Spannung erzeugen können. Gerade halt eben dieses Bewusstsein, okay, wir sind jetzt hier drin mit den Kardinälen, aber da draußen, da rumort irgendwas. Das machen sie ja am Anfang so ein bisschen, dann lassen sie es aber komplett brach liegen, nur um dann mit, ja, mit dem Knall halt dann wieder zurückzukommen. Das fand ich ein bisschen schade. Wie hast du das gesehen? Na, die Frage ist halt, wie läuft es in Wirklichkeit ab? Sind die wirklich so extrem krass isoliert, dass die wirklich mit niemandem reden dürfen und sich nicht über Sachen beschäftigen dürfen, die im Weltgeschehen passieren? Oder haben die vielleicht so eine Art Freizeit am Abend, wo sie dann doch mit jemandem außerhalb des Vatikans quasi kommunizieren können? Keine Ahnung. Das ist halt zwecklinig gemacht. Es gibt Momente, wo außerhalb was passiert, wo die das nicht mitkriegen dürfen, wo sie das nicht mitkriegen sollen, was ja auch so gewollt ist, um sie nicht abzulecken und ihre Wahl zu beeinflussen. Dann gibt es aber andere Sachen, die sind so prägnant, dass sie kommuniziert werden müssen. Und das ist halt immer situationsbedingt. Was halt cool gewesen wäre, wenn doch irgendwie sowas drin wäre, wie irgendeiner von den Kardinälen hat irgendwo ein Handy reingeschmuggelt zum Beispiel. Die müssen ja anfangs all ihre Tablets, Handys, Laptops und was mit sich abgeben. Da gibt es so richtige Szenen, wo die das quasi versiegeln in solchen Tüten und so, das alles wegpacken, in Spind schränken. Und es wäre cool gewesen, wenn es irgendwie noch so einen Ortsskandal gegeben hätte, dass jemand ein Handy mit reingeschmuggelt hätte, um dann Informationen oder irgendwelche zwielichtigen Gespräche zu führen. Das wäre vielleicht doch cool gewesen. Aber das kommt leider in der Form nicht vor. Ja, es ist halt schon, also obwohl es halt in dieser Institution der katholischen Kirche spielt, ist es schon wirklich ein sehr bodenständiger Film, würde ich sagen. Und ich finde es auch toll, dass der Berger immer mal wieder so mit einzelnen Bildern immer wieder auch herausstellt. Natürlich sind das alles jetzt ältere Herren, die irgendwie total edle Roben anhaben und die irgendwie Latein reden. Aber letztlich sind es halt Menschen oder vor allem Männer. Und es gibt wirklich ganz, ganz tolle Szenen, wenn die sich halt fertig machen auf die Konklave. Und dann siehst du erst mal, dass sie da einfach wie so, fast schon so wie Schuljungs, einfach auch im Hof stehen und erst mal einen rauchen. Das fand ich zum Beispiel, das waren so kleine Details, die ich wirklich ganz schön an dem Film fand. Was ich auch gut fand, war gleich am Anfang, als der alte Papst gestorben ist, wird der ja quasi von einem Krankenwagen weg transportiert. Und da gibt es eine Kamerashot, wo du quasi siehst, wie der Leichensack, wo der Papst drin ist, eben durch die Farbbewegungen des Krankenwagens hin und her wackelt. Und dieser Shot geht unangenehm lang. Kannst du dich erinnern? Und das fühlte sich sehr unangenehm an, dass da, da wollte, glaube ich, man zeigen, dass der Papst auch nur ein Mensch ist, der, wenn er irgendwann tot ist, halt einfach auch nur ein Stück Fleisch ist. Und das, aber ich finde es mutig, sowas zu machen. Das fand ich richtig gut. Ja, also ich, was ich von Konklave halt mitgenommen habe, ich weiß jetzt ein bisschen mehr, wie diese Konklave abläuft, zumindest halt im Film. Und ich nehme mal an, dass dieser Robert Harris, das habe ich mich immer informiert, der muss wohl sehr gut dabei sein in der Recherche. Also nehme ich mal an, dass Konklave einigermaßen nah am Original ist, also an den echten Papstwahlen. Aber der Film hat mir halt nochmal wirklich bewusst gemacht, selbst wenn das irgendwie die höchst angesiedelsten Kirchendiener sind, was weiß ich, die katholische Kirche zu bieten, dann letztlich sind es Männer oder Menschen. Und das, finde ich, ist für mich die Botschaft, die ich hier wirklich am meisten rausgezogen habe aus Konklave. Und ansonsten, finde ich, war das ein wirklich spannender, aber auch wirklich herausragend gut gespielter Film, der natürlich, ich würde sagen, zu 90 Prozent wirklich halt von Ralph Fiennes lebt, der halt wirklich jede Szene quasi dominiert. Allerdings nicht in der Hinsicht dominiert, dass er seine Darstellerkollegen an die Wand spielt, sondern ich finde, wenn er dann jemanden hat, mit dem er spielt, dann ist das wirklich wie so ein gutes Tennis-Match, fand ich. Ich finde auch, die anderen Kardinäle, die da gespielt wurden, sind auch großartig. Ich muss sagen, ich war ein bisschen verwirrt, der Kardinal Tedesco, der quasi so ein bisschen dieser böse Gegenpart ist, der soll ja nicht gewählt werden. Da habe ich überlegt so, oh, wer ist denn dieser Schauspieler, der kommt mir bekannt vor. Und jetzt in der Recherche musste ich feststellen, dass ich ihn nicht kannte, das ist ein italienischer Schauspieler, aber es gab Stellen, da sah der aus wie Jean Reno. Aber das war ganz merkwürdig, keine Ahnung, aber trotzdem super gespielt, der hat das wirklich, da hast du richtig gemerkt, der hat so eine Konsens, als ob so ein richtiger Berg vor dir steht an Meinung, an Durchsetzungskraft, der einfach der Papst werden will, der quasi nach dieser Macht, diese Macht möchte. Und das haben die wirklich alle gut gespielt, großartig gespielt. Ich würde gerne noch mit dir darüber reden, über das Set quasi, über die Kulisse. Ich weiß leider nicht, wo der gedreht wurde, allerdings die Orte, wo es gemacht wurde, das wirkte wirklich sehr hochwertig. Also sehr viel Marmor, viel Stein, es gibt auch einige so Treppenhäuser, wo wirklich großartige, ich sag mal, Säulen und Marmorböden und Verzierungen und Statuen und sowas sind. Weißt du, wo der gedreht wurde? Aktuell nicht, bin aber gerade auf der Suche, damit das so aussieht, als ob ich es wissen würde. Also, er wurde gedreht in den legendären Cinecitta-Studios in Rom und da vermutlich dann halt eben entweder halt draußen oder halt eben im Studio. Weil das muss man ja sagen, also er spielt wirklich sehr häufig drin. Das ist schon fast schon, er hat was Kammerspielartiges. Ja, Kammerspiel, das Wort kam ja auch immer wieder in den Kopf. Ja. Und der ist, ausstellungstechnisch ist der wirklich auch richtig gut, das sieht alles hochwertig aus. Ob das natürlich echter Marmor ist, wissen wir nicht, ich glaube es jetzt nicht. Aber ich hatte nie Grund zum Zweifeln, dass sie sich nicht im Vatikan befinden. Ich meine, ich war noch nie im Vatikan. Ich leider auch nicht. Steht auf meiner Liste. Ja, du weißt ja, wenn wir da ankommen, dann brennen wir sofort. Also das ist ja, das ist, da habe ich nicht so Bock drauf. Ja, aber der Film sieht halt wirklich auch toll aus. Also auch wenn er jetzt von der Kamera jetzt keine großen Spirenzien hat, aber der sieht einfach unglaublich hochwertig aus. Edel bebildert, gut geschnitten, netten musikalisch orchestriert, toll gespielt. Das Einzige halt eben, wo ich sage, es ist schade, für meinen Geschmack hätte er halt ein bisschen mehr Spannung noch erzeugen können. Gerade halt eben aus dieser Situation der Isolation. Aber insgesamt war ich wirklich doch, also ich hatte erwartet, dass er mir gefällt. Und ich möchte auch soweit sagen, dass es jetzt nicht der beste Film ist, den ich in den letzten zwei, drei Jahren gesehen habe. Aber es war wirklich ein sehr, sehr guter Film. Absolut, bin ich voll bei dir. Ich finde, der lohnt sich auch ins Kino zu gehen. Zumal durch die Besetzung, durch die großartige Schauspielerei. Also wer mal einen Film möchte, wo nicht so viel Action ist und ständig irgendwelche Effekte und krassen Kamerafahrten, der ist hier mit einem Film gesegnet. Wo wirklich starke, großartige, lange Konversationen stattfinden. Und das ist, finde ich, mal ein bisschen Abwechslung, was mal echt ganz schön ist. Okay, das mit der Action ist jetzt ein bisschen gelogen, weil es kommt gegen Anne halt vor, dass sie dann den Hund von Ralph Heinz töten und dann geht halt nur eine Rache. Ja, und die Szenen mit den Schwestern, mit den, naja, und den Drogen und so. Aber naja, gut, reden wir nicht darüber. Ja, ja. Ja, gut, darüber wollen wir gar nicht reden. Also auch nicht über die Zeitreise und die Aliens, die da noch auftauchen. Das ist natürlich alles, das bereden wir dann in dem nicht existenten Spotlight. Ja, und die Nazi-Raumschiffe und so, ne? Ja, also Gott, da steckt viel drin, den 120. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ich hatte nichts mehr auf meinem Zettel. Wie sieht es bei dir aus? Nee, tatsächlich nicht. Wir haben über den Schlag ins Gesicht für die katholische Kirche geredet. Ich habe über das Set geredet, über die Schauspieler. Ich glaube, wir sind durch. Leider Gottes. Könntest du dir jetzt vorstellen, dass du vielleicht dir das Buch mal lesen wirst? Nee, ich glaube nicht. Ich auch nicht. Muss ich auch herrlicherweise sagen. Ich glaube, ich lasse das auch aus. Aber wie gesagt, von Autor Robert Harris, nicht Thomas Harris. Thomas Harris war hier der schweigende Lämmer. Und Robert Harris hat, glaube ich, sowas wie Pompeji geschrieben oder so. Aber wie gesagt, ich bin kein Buchexperte. Dann würde ich sagen, also ich habe mein Fazit ja gerade eben schon abgegeben. Ich finde den gut. Daumen nach oben. Bei dir, glaube ich, sieht es ähnlich aus, oder? Ja, er kommt mit den Top 10 von diesem Jahr tatsächlich. Ja, das, ja, Top 10, ja, mal schauen bei mir. Aber auf jeden Fall habe ich die Sichtung nicht bereut und fand ihn wirklich sehr gut. Wie gesagt, macht euch bitte bewusst, das ist kein hektischer Film. Das ist kein Film, der große Schauwerte aufbietet. Das ist kein Blockbuster. Das ist wirklich ein schöner Erzählfilm. Und das macht er wirklich ganz gut. Was ihr aber machen könnt, wenn ihr den Film geguckt habt, dann könnt ihr gerne bei Discord reinschauen, tele-stammtisch-discord und unserem Community-Server beitreten. Wir haben schon sehr, sehr viele Leute, die uns folgen. Und dann könnt ihr mit uns über diesen Film reden, über einen anderen Film reden, über eine Serie. Wir reden auch gerne über Comics, über Fantasy-Welten, über Videospiele, über Musik, ganz, ganz viel. Da könnt ihr uns Feedback geben zu unseren Podcasts. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, Kenny, du warst toll, aber der Stu bremst dich aus. Wo ihr recht habt, habt ihr recht. Das könnt ihr, wie gesagt, alles bei uns auf Discord tun. Ansonsten noch kurz erwähnen, wir haben eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Könnt ihr auch gerne drauf gucken. Und folgt uns und kommentiert uns und liked uns überall dort, wo es möglich ist. Damit habe ich meine Schuldigkeit getan. Ich werde jetzt einfach gehen und keinen Papst wählen, denn ich bin, wie gesagt, nicht katholisch. Und ich sage, Kenny, dir gebe ich das letzte Wort und schließe ab mit Tschüss. Eins tatsächlich habe ich noch, denn wir hier beim Tele-Stammtisch haben einen Bildungsauftrag. Wer jetzt nicht so tief in der katholischen Kirche drinsteckt, es gibt hier ein paar Fachbegriffe, die natürlich benutzt werden für die Thema Papstwahl. Der Begriff Kardinal, der quasi die Würde unter dem Papst ist, die höchste Ebene, die es da noch gibt. Den Dekan, der quasi der Leiter, der Kardinäle ist. Der Begriff Sedis Vakans, was bedeutet, der Papst ist tot, der Stuhl ist nicht besetzt. Und natürlich der Begriff Pontifex, der für den Papst selbst steht. Beläst euch da vielleicht vorher noch ein bisschen, damit ihr ein bisschen Bescheid wisst, weil das wird ja auch regelmäßig benutzt, solche Fachbegriffe. In diesem Sinne, Stuhl, ich würde dich zum Papst wählen, falls Andi stirbt, durch mysteriöse Umstände, aber mal schauen. Liebe Leute da draußen, macht's gut, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.